Tierheim Gießen. Nach einem Jahr Bauzeit Einweihung des neuen Hundehauses, das für 600.000 Euro errichtet wurde. Freude und Erleichterung bei allen Beteiligten über das gelungene Projekt, das verlassenen und traumatisierten Vierbeinern ein bedürfnisgerechtes, wenn auch vorübergehendes Zuhause bietet. Das Hundehaus gefällt mir außerordentlich gut und meine Vorstellungen, wie es mal werden könnte und sollte, die haben sich absolut erfüllt. Das neue Hundehaus ist aufgebaut zwischen fünf Quarantänezimmern und dann mit Übergang quasi zum Hundehaus, richtigen Hundehaus quasi mit sieben Zimmern. So ist das Hundehaus oder beide Seiten aufgebaut, einmal mit fünf, einmal mit sieben. Mir gefällt das neue Hundehaus sehr, sehr gut. Das ist einfach ein Traum, wenn man in solchen Gebäuden arbeiten kann. Ich kann das gut beurteilen, weil ich die letzten Jahre selber in einem Tierheim gearbeitet habe als Tierärztin. Und ja, ich wünsche allen Tierheimen, dass sie so etwas auf die Reihe bekommen. Diesen Bau zu wagen und dieses Tierheim zu erweitern, diese Idee kam eigentlich vom Gesamtvorstand. Und ich muss sagen, ich habe ein fantastisches Team, was mich unterstützt und was diesen Bau hier die ganze Zeit mit begleitet hat. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit so tollen Leuten arbeiten darf. Wir haben die Möglichkeit hier, sehr viele Hunde miteinander laufen zu lassen. Im Extremfall können wir fast einen einzigen großen Zwinger konstruieren, dadurch, dass die Seitentüren geöffnet werden. Also eine deutliche Verbesserung zum alten Hundehaus, insbesondere auch deshalb, weil die Zwinger selbst sowieso schon größer sind. Ich wünsche mir eins, dass wir dann jetzt in Kürze den zweiten Bauabschnitt beginnen können. Und dazu muss eigentlich die ganze Bevölkerung, Gießen, Umland, muss wiederum zur Verfügung stehen. Wir brauchen Bausteine. Ich würde mich freuen, wenn viele wiederum mitmachen, wieder viel Geld zusammenkommen für den neuen Abschnitt, damit auch die anderen Hunde in den Genuss kommen, quasi in die Zimmerhaltung überzugehen aus den Zwingern.